herzlich willkommen zu einer weiteren folge aktuell geht es zur nächsten wiese die aussaat läuft wenn wir Glück haben, sind wir heute noch fertig plus nacharbeiten das ist noch nicht alles reif, wie man sieht aber da bin ich gut mit dem Mutus, das kommt ja auch noch im Grunde bin ich froh, wenn die Aussaat erledigt ist dann kann das gerne reif werden nicht nur, dass wir dann noch Zeit hätten vor allen Dingen, da besteht die Hoffnung, dass auf dem Feld alles zum gleichen Zeit wächst das macht die Sache ein bisschen einfacher so die zweite Seemaschine werden die verkehrt so, haben wir die Wiese in Brand gekommen starten gleich vorne, ist besser dann die kurzen Wurgeladen so, jetzt haben wir hier den alten müssen wir löschen Wiesebeifeld 14, das ist der andere Wiesebeifeld 54 dann dann die Luftgenerierung das heißt Nummer 4 Nummer 4 Nummer 3 Nummer 3 vorgelände ja ich glaube, das ist auch Kiki davon kommt der Kurs pfff auch nicht schlecht da dreht er ja durch schlecht Wiese mal 4 Nummer 4 Nummer 4 dann gute Frage hier noch einen Scheiß gibt's doch gar nicht Das Risiko. Beim Wald kann es Probleme geben. Automatisch. Und. Ist ja wieder so ein Kack. Das würde mich ja nicht stören, aber das ist... Ja, das ist ja mächtig komisch, ne? Aber wenn er zum Schluss ist, ist das okay. So. 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 das heißt, wo wir arbeiten, mit einem Ruhladen, 7 Folgen, eigentlich mit Überlänge, leider. Und dort Tarif ändern, ein bisschen mehr Geschwindigkeit im Ruhladen. Das kann ich am Dienstag mal anrufen, oder hier zum Shop fahren und sagen, ob wir uns das machen. Es besteht die Hoffnung, dass er das schafft. Und dann gleich den einen leer machen. Habe ich den schon gespeichert? Ja. Ich habe noch einen Mitrecher am Raps drin. Der knallt mal hier rein. Und dann ist es auch erledigt. Dann kann er beim Start gleich vor loslegen. So. Wosch, wosch, weg hier, Vögel. Let's see. Oh, 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 auslenken, mit O. Ips. Perfekt. Hast du gut gemacht. Fahre wir gleich zum Hof. Und zwar noch ein Abfahrer fahren. Hehe. So. 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 Das haben wir nicht gegen Ballen. So. Siehste. Klappt doch ganz gut. Hat nur den verkehrten Hänger eingestellt. So. Sehen wir gleich mal einen Grasfuzzi. Neuer Schwein. Sehen wir mal unseren Grasfuzzi anschauen, was er macht. Seine komische Proberei. So lange. So lange. So lange. So lange. Sportwerker selbst hat es einigermaßen klappt. Typisch. es klappt okay ich dachte schon das geht jetzt schief es geht schief mal die maus das wird noch mal raus nee sonst der Pfeil geht da lang darf die da sein der Hase gerade wieder hier starten erstmal die Runde fahren und sehen wo das wird geht der jetzt nicht wie sagt der Kurs sind die Leute weiß nicht warum hier ist bescheiden 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 wenn sie zwei Kurse kreuzen ist mir blöd aber wenn dann immer die Wunde geschafft hat hier gehts Uhrzeit wie gesagt ich möchte noch gerne den Feld fertig haben da werden wir auch auf längerer Sicht den zweiten zweites Gerät haben müssen einen Traktor haben wir ja zur Not jetzt ist typisch gut der läuft jetzt mal C sah gut entlassen entlassen dann muss ich noch gleich eine anei holen mit ein Saatgut aber ich guck' ob der auch anlädt ups der BK läuft auch sagt gut C Außenansicht und Gas das quer rüber fahren das quer rüber fahren Klappe auf alles hier vor aus fahren schauen ob wir jetzt gleich aufklappen müssen oder was auch so geht hin aber jetzt wir jetzt wir das 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 Was ist das? Ja, er hat ganz verrückt geschält und aufhört, das ist mir... Oh, der ist voll 84% muss ich normalerweise, also bin ich Okay Dann bin ich Wie gesagt, was gut ist Dünger reicht Was ist das? Ich hab nicht mehr in die Wanne, ich hab nicht mehr in die Pfahl Ja, ich hab nicht mehr in das pfeift schön lang in der gefühltigkeit entlassen so kaps für erledigt dem hammer runter auch gleich vorbereiten für 440 und da ist hier das nächste dran und da wird es ja unser Grasfurtze macht Probleme so stellen wir uns den Schatten rein jetzt werden wir mal ein bisschen Lkw holen so klar, rutschern soja hier so jetzt fahren wir gleich rüber zur wiese und wenn man die blöcke und bald wegnehmen sammelwagen brauche ich noch einen für strohrauben und sammelwagen das kleid zu verkaufen aber jetzt machen wir uns alle kriegen dann werden wir uns gleich um das nächste feld um die gerze zu stürzen die gerze ist auch schön oder harfe die gerze drehen reifen das geht nicht da hat es so schön geklappt zum schluss naja so machen wir gleich selber so wollen die freunde der amtschaft das soll es für heute gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen mir hat es gefallen schon nächsten aufnahmezelten geht es weiter mit der wiese um rechts dann wird auch die soja mal reif werden der rest jedenfalls dann geht da entweder gerze oder hafen da rein noch was zu tun so die der weizen ist drinnen soweit aber acht prozent haben gefehlt naja gut jetzt halt mal schüss und bingewinke wie gesagt ein Apo wär perfekt ein Like wär auch sehr schön ich sag schonmal danke dafür müsst euch keine Sorgen machen das kostet euch nichts keine verpflichtung da kriege ich eigentlich auch nichts das ist eine kleine Unterstützung für mich aktuell ist da überhaupt da eh nichts aber wenn es mal soweit ist ne kann man ja alles mitnehmen dann seid mal tschüss bis zur nächsten Folge tschaui